Nur mehr kurze Zeit haben Sie heuer die Möglichkeit, Erdbeeren im Nordburgenland selbst zu pflüten. Zu einem attraktiven Preis von nur 3,80 Euro pro Kilogramm können Sie sich Ihre Erdbeeren selbst aussuchen. Die schönsten Erdbeeren bekommen Sie jetzt noch in den Erdbeergärten der Familie Gustav Koch. Bei einem Ausflug nach Schopron liegt der Erdbeergarten nach der alten Zuckerfabrik bei Klingenbach direkt am Weg. Beim zweiten Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen und parken. Sie können die Erdbeeren und anderes Obst und Gemüse, Säfte, Marmeladen und anderes natürlich auch beim Verkaufsstand erwerben. Der Vorteil beim Selbstpflücken ist, dass Sie sich Ihre Erdbeeren selbst aussuchen und dabei naschen und kosten können, so viel Sie möchten. Der zweite Erdbeergarten, den wir empfehlen, liegt in der Nähe von Mattersburg zwischen Siegles und Bad Sauerbrunn. Wenn Sie auf der S4 die Abfahrt Siegles nehmen, sind es nur mehr 3 Kilometer bis zum Erdbeergarten. Auch hier wurden nur die besten Sorten Österreichs angebaut, groß, fruchtig, süß, einfach zum Reinbeißen. Das letzte Argument ist die Herkunftsgarantie. Beim Selbstpflücken wissen Sie ganz genau, wo die Erdbeeren herkommen. Genauere Informationen, Anfahrtspläne und Produktinformationen bekommen Sie auf der Internetseite www.erdbeergarten.at